Hey, wir sind hier im Schwimmbad und wir werden jetzt schwimmen gehen. Genau, wir machen eine Poolparty. Weil es so warm ist und das mögen wir gar nicht. Deswegen gehen wir jetzt einfach in den Schwimmbad und wir machen einfach eine Poolparty. Okay, und ihr seid jetzt dabei. Ihr könnt zugucken. Ja. Hallo! 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 Sind alle für uns gekommen? So viele Kinder! Cool! Oh, da sind so viele Kinder heute! Cool! Boops, es sind mega cool! Total! Das sind ganz viele Kinder! Ja! Nur noch die paar Stufen runter. Alles gut bei euch! Oh, schau mal, Boops, der ist ganz bekannt! Der ist von dem Video von Garda Park, wo der mit dem Popo so in den Wasser reingeflogen. Wirklich? Oh, ich spring auch jetzt rein, Boops, ja? So, wir gehen jetzt schwimmen! Oh, ich gehe schon mal vor. Ich fülle noch mal kurz hier. Oh, nee! Ich freu mich ganz doll! Es wird eine super coole Poolparty! Und vielleicht seid ihr nächstes Mal auch dabei! Bis bald! Tschau!